Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ein Jahr Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft wichtiger denn je sind. Allerdings ist das Füreinander-Dasein momentan sehr schwierig. Abstandsregelungen, Hygienevorschriften verhindern ein Treffen mit Freunden, das Zusammensitzen im kleinen Kreis, der Besuch im Café. Das ist momentan nicht möglich. Und deswegen haben wir auf Anregung vieler Ehrenamtlichern und auch des Einzelhandels eine gemeinsame Initiative gestartet. Kirchheim hält zusammen. Wir wollen mit dieser Initiative Sie ermutigen, uns Ihre positiven Botschaften mitzuteilen, Ihre positiven Gedanken mit anderen Menschen zu teilen, um so die letzten Schritte durch diese Pandemie gut gehen zu können. Der Kirchheimer Cityring hat bereits am vergangenen Samstag die Aktion gestartet mit einer Fotoaktion. Dort können Sie Bilder machen lassen, Fotos machen lassen und Ihre positiven Botschaften werden dann in den Schaufenstern des Einzelhandels präsentiert. Wir selbst als Stadt sind analog unterwegs. Wir haben eine Postkartenaktion gestartet. Diese Postkarten bekommen Sie überall bei uns in der Stadt, aber auch bei Click & Collect Einkäufen. Notieren Sie auf diese Postkarten Ihre Botschaften, Ihre kleinen Kraftquellen des Lebens, Ihre positiven Gedanken und schicken Sie diese Postkarten entweder an uns, an die Stadtverwaltung, aber gerne auch an Freunde, Bekannte, Verwandte, denen Sie einfach Ihre positiven Botschaften, Gedanken ebenfalls mitteilen möchten. Und natürlich sind wir auch digital unterwegs. Auf Hashtag Kirchheim hält zusammen können Sie über Instagram auch diese Botschaften mit uns und anderen teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, freuen wir uns auf eine schöne Aktion. Kirchheim hält zusammen! Und dann können Sie uns neue Schrauben werden, um sich auf einigen numa Schrauben GOOD. Versuchen Sie das auf Dramatement. Sanfte Er Nutzer, sich festzustellen haben. Und dann können Sie offen unser Tool aber Techn��면 hochlimreligend回來. Importante Erfügliche und die Sache! Abschnechan werden Sie zwar genau wie über die Zeitкон "[inet. Okay, irgendwie damit immer noch ein Schrauben fantastisch verlässert sind.